Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. In diesem Video geht es um die Beta von Black Ops 3. Ich will mal alles zusammenfassen, was man bis jetzt weiß. Und kurz davor der Hinweis, noch ist nicht bestätigt, dass die alten Konsolen auch Black Ops 3 bekommen. Es sieht allerdings bis jetzt alles danach aus. Und ich würde sagen, wir kommen zur Beta. Ganz am Anfang gesagt, die Beta wird so ungefähr zwei Monate vor dem Release stattfinden. Ein ganz genaues Datum gibt es noch nicht. Und wahrscheinlich wird die Beta so ungefähr zwei Wochen andauern. Auch da gibt es noch keine ganz genaue Zeit. Jetzt will ich mal zusammenfassen, wo man die Beta alles bekommt. Es kann natürlich sein, dass andere Shops auch noch auftauchen. Dazu weiß ich jetzt allerdings noch nichts. Das heißt im Zweifelsfall unbedingt vor dem Kauf nochmal fragen und sich bestätigen lassen, dass die Beta mit dabei ist. Und wir kommen erstmal zu Amazon. Bei Amazon kann man sich das Spiel mittlerweile auch schon vorbestellen. Links dazu übrigens in der Videobeschreibung sind Rafflinks. Und wer das eben macht, der bekommt ungefähr zwei Wochen vor der Beta per Mail diesen Beta-Code. Und kann den dann eben auf der Webseite von COD einlösen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Bei MMOGA sieht das ähnlich aus. Das heißt, hier kann man das Spiel auch schon vorbestellen. Und man bekommt eben den Beta-Code auch per Mail. Wann das da genau der Fall sein wird, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich auch so ungefähr zwei Wochen vor der Beta. Hier ist ganz wichtig, die alten Bestellungen, die alten Vorbestellungen, die vielleicht manche bei MMOGA gemacht haben, die beinhalten keinen Beta-Code. Das ist ganz wichtig. Sei es im Notfall die alte Bestellung nochmal stornieren, neu bestellen, eben die Beta-Bestellung bestellen. Oder man macht es so, dass man die Beta noch extra dazu kauft. Ist etwas seltsam gemacht bei MMOGA. Aber für vier Euro, glaube ich, bekommt man auch nochmal extra einen Beta-Code. Da muss man einfach schauen, wie man das letztendlich machen will. Weiter ist es dann auch noch so, dass man das Spiel auch bei GameStop kaufen kann. Hier gibt es zwei Wege. Wenn man online bei GameStop kauft, dann ist es so, dass man den Beta-Code per Mail bekommt. Wann genau, weiß ich auch nicht. Aber natürlich auch noch vor der Beta. Und wenn man im Shop selbst kauft bei GameStop, dann ist es so, dass der Beta-Code auf dem Kassenzettel steht. Ganz wichtig hier, überprüft euren Kassenzettel nach dem Kauf. Und wenn dort eben kein Code steht, dann geht nochmal rein und sagt, Leute, ihr wollt einen Beta-Code haben, nur damit das alles richtig funktioniert. Ich denke, bei Mediamarkt und Saturn wird das dann eben ähnlich ablaufen, sobald man dort vorbestellen kann. Ich denke, dort ist der Code dann auch einfach aufgedrückt auf dem Kassenzettel. Das Spiel selbst kann man aber natürlich auch digital kaufen und jetzt auch schon vorbestellen. Das heißt, im Xbox-Store, im PSN-Store oder bei Steam. Und bei Steam ist es so, dass man keinen Beta-Code bekommt, sondern sobald die Beta verfügbar ist, taucht die Beta einfach auf in der Spieleliste. Das heißt, da hat man nicht wirklich viel Stress. Man wartet einfach, bis die Beta rausgekommen ist, schaut, okay, hier kann ich die Beta runterladen, lädt sie runter, spielt sie. Das ist auch schon bestätigt. Und ich nehme sehr, sehr stark an, dass es bei der Xbox One und bei der Playstation genauso abläuft. Bei der Vorbestellung steht jedenfalls dabei, dass man die Beta bekommt. Allerdings nicht ganz genau wie, allerdings sehr sicher eben so wie bei Steam. Das heißt, sobald die Beta dann rauskommt, kann man die einfach runterladen. Und die Konsole merkt eben, okay, der Account hat sich das Spiel schon vorbestellt, der darf die Beta auch spielen. Die Beta ist natürlich eine Beta. Das bedeutet, man hilft eigentlich dabei, das Spiel besser zu machen. Man sucht Glitches und so ein Kram, übermittelt das dann Treyarch. Und die können das Spiel dann eben in den letzten zwei Monaten noch wirklich schön bugfrei bringen. Können vielleicht noch an dem Spawn-System was rumbasteln. Denn natürlich ist es so, dass man, wenn ganz viele Leute die ganze Zeit spielen, ganz viele Daten bekommt über das Spiel. Dann weiß, wie die Spawns funktionieren und so weiter. Das heißt, dafür ist die Beta eigentlich gedacht. Allerdings kann man die Beta natürlich auch als Demo benutzen. Das heißt, als Demo, um selbst für sich zu entscheiden, will ich das Spiel haben oder nicht. Wie man das macht, ist eigentlich auch ganz einfach. Und zwar ist es einfach so, dass man das Spiel bei dem Shop, bei dem man gekauft hat, wieder stornieren muss. Das heißt, alles, was ihr am Anfang machen müsst, ist, dass ihr guckt bei eurem Shop, wie das Stornieren funktioniert und ob das gut funktioniert, ob man damit keine Probleme hat und dann passt das alles. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei Steam, wenn mich da nicht alles täuscht, manchmal ein bisschen hakelig ist mit dem Support und so weiter. Das heißt, da muss man halt auch schauen, bei welchem Shop, bei welchem Verkäufer funktioniert das problemlos. Dann muss man halt dort einfach vorbestellen. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.